wo dies weiter geht mit dark souls die abkürzung die abkürzung die das war die abkürzung okay wir haben eine abkürzung wir müssen jetzt eigentlich wieder bei dieser dieser geilen ratte mit den zwei schwedern sein hier liegt auf jeden fall meine leuchten hier das geld habe ich immer noch nicht gelöst was willst du von mir kommen sie her das ist ein bisschen teuer was ist das ein ranger ist klar ich habe mich trotzdem mit der feigen Nummer 4 4 hier du wichser du wichser zack zack du kacknobel was hab ich nicht sehen hab ich nicht zu kommen sehen na gut ha 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 finstergeist oh finstergeist nein warum hab ich das getan ach so ja cool der bus ist sehr feind äh vorsicht vor sprung an finstergeist dann muss ich doch noch mal sterben da hinten ist er lass mich doch in Ruhe komm schon ey 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 ja halt dich ruhig komm warum nimmt das Schild nicht ich hab hundertprozentig links gedrückt AHHHHH ob das jetzt so schlau war mit den ganzen Seelen Bist du der Boss? Bist du der Boss? Bist du der Boss? da ist was ja ach na noch ein Oder? Wer bist du? Schwer der Kircher. Du bist der Boss. Komm her, Boss. Komm her. Komm her. Komm her. Hey, roll nicht so schnell hier. Warum ist der so zack? Da kommt noch einer. Kann ich den angreifen? Oh. Oh. Warum kann ich dich dann umkommen? Weil sie... Ist das so... Komm. Zieht euch. So, jetzt ist der Ton. Kommt zu uns. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wofür habe ich denn eine dicke Nitz getötet? Ja, falscher Klopter rufen. Ich fahr die Dio. Ich fahr dich. Ich fahr dich! Schieß doch ruhig, ey. Noch ein Fall, ja. Klar. Mann, ey. Also, wir sind letztendlich vergerannt, ja? Ich habe keinen Speck vor euch. So eine einfache Scheiße. Ja. Ui. Fühlt sich jetzt richtig stark. Oh, der bewegt sich jetzt diesmal. Das hat er eben noch nicht getan. Beschwörter, beschwörter, der beschwört. Was zum Teufel! Was zum Teufel! Was hat mich denn da erwischt?! Ja, schick her die Pissbacke. Ach so! Heilung! Das lade ich aber nicht zu! Hey! Hey! Ich kann mich nicht bewegen! Boah! Ui! Ja, krass! Kombo! Ah, okay! Okay. Halb nicht bei der Kirche. Jetzt steht auch in eurer Name da. Jetzt ist es auch ein Computer. Fake this. Das war's für heute. Was wirfst du da für eine Kacke? Tag, Tag, und Glocke. Bam, 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 bam. Tja, jetzt ist das nicht mehr so, nicht mehr so leckt. Oh, sieht ein bisschen besser aus für mich. Kraft drauf, du hältst nichts raus. Das war's für heute. Zieh, 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 zieh. Zieh durch! Nein! Oh, die Louis-Patch ist jetzt nicht mehr auf, egal. Titanichole! Aber... Boss besiegt. Boss besiegt? Der Boss ist erst besiegt, wenn ich ein Leuchtfeuer hab. Und ich hab hier kein Leuchtfeuer. Da, da, da Schamleuchtfeuer. Boss besiegt! Der war ja gar nicht so schwer. Das Ding war jetzt... Ich weiß nicht, ob man's so gesehen hat. Aber, äh... Glaub mir, ich hätte ihn echt gerne online jetzt gemacht. Also, ich glaube, du hast mal irgendeinen random Spieler zugewiesen bekommen. Das Problem war halt, dass es geleckt hat. Ich hatte keine Chance wegen dem Leck. Ich hab Schiss abbekommen. Die nicht mehr da waren. Oder, äh... Verspätet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall. Konntest du nicht sehen. Und auch den Spieler. Ich... Hab teilweise ins Leere geschlagen. Äh... Wie soll ich ihn so besiegen, ne? Okay. 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 Aufzug. Okay. Neuer Schwur? Umschlungene Schale. Okay. Was passiert hier? Jetzt ist sie kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Super. Toll. Die wird nicht sehr glücklich sein. Hm. Haha. Oh? Eben. Was der Hübsche. Oh. Haben wir... Das war... Haben wir ihr Leben genommen? Mhm. Warum hat denn bitte keinen Anfassenschilder? Äh... Ich hab... Bisschen mehr kaputt gemacht, oder? Leuchtfeuer? Warte. Kann ich überhaupt zurück jetzt zu den anderen? Äh... Theoretisch schon. Aber Fußweg nicht. Alter... Alles zerstört hier. Dich kann man nicht alleine lassen. Ist das jetzt im Bossfight hier, oder? Was bist du? Theoretisch schon. Toll. Help me. The red... Hoodies come to eat us. To kill our dark soul. Hm? Hey, wer bist du? Bist du von dem Feuerbahnschein? Iaaah. Ich hoffe, das war nicht falsch. Ich neige dazu, die Falsche zu töten. Okay, es sind mehr so gekrote und einer zu Red Hood, Red Hood, okay, das ist die Vorgeschichte von Batman, der Joker, wer bist du? Alter, geh ins Antone und kauf dir selber Dark Souls. Sklavinritter! Ja, du machst Spaß hier! Okay, 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 komm her, komm her, komm her! Okay, okay, was ist mit dir, ich hab irgendwas losgelöst! Topo Combo! Okay, er verwandelt sich. Okay, er kriegt ein karses Schwert. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das richtiges Blut ist. Das könnte sein! Du siehst ziemlich spät aus! Oh, was? Warte mal! Geil! Du bist geil, der mir geholfen hat! Das war doch, diese Waffe gerade, das war doch von Geil! Ey! War das jetzt noch ne Attacke? Ne? Oder wollte er nur angeben, weil er mich besiegt hat? Ich glaube, so nah war noch nie ein Leuchtfeuer an dem... Ah, da kommt der Winkler da und... Ah, fick dich! Nee! Kleines Schwert, kleines Schwert, kleines Schwert! Komm, komm, komm! Putt, 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 putt! Hey! Wow! Ey! Okay, ich geh essen, ich geh essen, 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 Stärkung! Und vielleicht... Eeeh! Hehehehe! Ja! Fuck man! Was ist hier? Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Okay, sollen wir hier kämpfen? Oh, der kommt. 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 Warum? Merde! Einfach! Manchmal reagiert er nicht! Mann! Ah! All 2! Ach! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! Scheiße! Alter, das ist meine längste Glut hier, du Wichser! Oh, Mann! Keine Glut mehr! Jetzt wird er gemacht! Jetzt wird er gemacht! Jetzt wird er gemacht! Hier kommt meine Kinder! Meine kleinen Kinder! Kommt her! Kämpft für mich! Jetzt, 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 jetzt geht es, glaube ich, ab! Okay, ich muss es vorsichtig machen. Auf keinen Fall wieder so behindert sterben wie eben. Jetzt geht's! Oh! Der Platz! Der Platz! Okay. Ja, da haben wir schon mal gut wüten gemacht. Ich will auf keinen Fall jetzt irgendwas falsch machen hier. Blitz! Erstmal hab ich ein Blitz getroffen, auf keinen Falle. Ich dachte, die werden nur schon. Oh jetzt, oh jetzt wieder unssichtbar. Aber komm, das machen wir doch jetzt, oder? Das war total unfair. Drei gegen einen. Aber es ist mir so scheißegal. Ah, Brudis, danke, 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 danke. Aber was hast du gesagt? Möge die Flamme euch leiten. Bindet die erste Flamme. Da fehlen noch 6924. Die erste Flamme war doch der Boss im Hauptspiel, oder? Was hab ich gesagt? 6000. 500. Irgendwie. Ja. Hm. 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 Nochmal schön auf Stärke. Okay, binden wir mal die erste Flamme. Stimmt, da sind wir ja auch dahin gekommen. Es brennt nicht. Gutes Zeichen, würde ich sagen. Okay. Was sind das für Schwerter? Ich guck mal da weiter. Hm. Ja, Platz für Ariandel kann ich ja jetzt gar nicht. Und würde sagen, es waren vier Folgen geplant. Aber ich denke, ich mach noch eine fünfte. Da hab ich bestimmt noch ein paar Geheimnisse übersehen hab. Ich bin ja relativ fix durch. Dann mach ich noch eine fünfte Zwischenfolge. Ansonsten wenn euch das gefallen hat, kommentiert das doch mal. Abonniert. Und da kommt auf jeden Fall Little Nightmare. Und einen kleinen Dark Souls Ersatz wird es geben. Wenn Nier vorbei ist, wird dafür The Search kommen. Science Fiction Dark Souls würde ich das jetzt mal nennen. Und ja, bin ich auf jeden Fall schon tierisch gespannt. Ansonsten HAUT REIN! BÄ DU BÄ BÄ BÄ! Hallo so monitoring! BÄ und die Potsen.